Moin Moin! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Honey, Money, Montrachet. Ja, das werdet ihr euch natürlich fragen, was das alles so ihr von sich habt. Habt ihr kein Feuer oder was hier am Set? Was ist das denn für eine Billow Produktion hier? Ernte 23. Habe ich damals die ganze Ernte gekauft in Bulgarien. Nur, dass ihr mal Bescheid wisst hier. Ja, jetzt wollte ich mal mit euch ein bisschen besprechen, was das eigentlich so auf sich hat hier mit den drei Weinen, die ich hier habe. Also wir haben hier mal drei Weine und dann erkläre ich euch mal, wie das so richtig zu laufen hat. Also fangen wir mal an mit dem ersten. Das ist ein Wein aus den sogenannten überseelischen Gebieten, ja. Aus Australien, von dieser Gefangeneninsel kommt das weg. Ist eine grande Reserve, ja. Also ist eigentlich, wenn du mal so richtig drauf schaust, vom Etikett her, ne, ist das ein Montrachet für Arme. Ja, oder für Gefakte, ne, für Arme kommt wahrscheinlich noch nicht, für Gefakte. Möchte Burgund sein, ist es aber nicht. Ja. So, gucken wir mal. Farbe haben die Dinger ja alle, muss man ja sagen. Also gerade die grande Reserve, ne, weil die haben immer ordentlich Chips drin, ne. Immer viel, viel Chips. Richtig da und dann machen die da, ich glaube, die machen da auch noch Farbe rein da unten da in der Südsee da oder wo die wegkommen, ne. Ja, das ist natürlich, ja, riecht bei, wie beim Willi in der Sperrholzabteilung, ne. Im Baumarkt. Im Baumarkt neulich, ne. Da hat das genauso gerochen hier. Da ist das dieser, dieser Duft ist da drin, so ein bisschen von, ja, Pinie, ne. Pinie und ein bisschen, ja, wie als wenn du da irgendwie viel so Toastbrot reingemacht hast. Geht ja auch, ne. Aber könnt ihr mal hinter der Kamera mal aufhören zu lachen, hier, das ist hier eine ernste Angelegenheit, ja. So, jetzt komm, jetzt gib mal hier, ich kann das nicht alles saufen schon hier am frühen Morgen, also die kriege ich kaum durch den Hals hier, das Ding. Komm, gib doch mal hier die Büchse da hinten her, da. Mann, mach doch da mal, jungen Mann, echt. Meine Fresse. Ja. Boah, mit der Ernte ganz gut. Aber ich sag's euch, macht, belegt die Zunge hinten, richtig, ne. Ist ein bisschen so, als wenn du irgendwie einen Krampf hast hinten hier im Hals, wenn's so richtig drin hängt, ja. Ist so richtig aufgebittert, ne. Also, ja, wer will, ne. Also, kannst du Chardonnay saufen, kommt ja überall, das Zeug wächst ja überall, wächst ja überall, ne. Ja. Von Australien jetzt eben mal, überseeischen Gebieten. Also gucken wir mal. So, dann kommen wir jetzt eigentlich mal zu dem Wein. Ist ja auch, habt ihr schon ja ganz schön was weggeorgelt hier, ihr beiden Halunken. So, der heißt Poligny Montrachet, ja. Ja, ihr habt das schon richtig verstanden mit Montrachet. Ja, wir sind hier in Deutschland, ja. Da kann man sich auch mal, auch Franzose, weißt du, egal, alte Kultur und so, können sich ruhig mal ein bisschen dran gewöhnen auch, was hier so abgeht. Also, das ist natürlich jetzt hier Poligny Montrachet. Ja, und warum heißt das so? Ja, weil Montrachet für Arme ist, ja. Das ist für Leute, die meinen, sie wollen dabei sein, sind es aber nicht. Kennst du ja. Also, mir hat mal so ein alter Winzer gesagt, ne. Wenn du, wenn du weit pinkeln willst, Hendrik, ne. Wenn du, wenn du, wenn du weiten Strahl haben willst, ne, dann musst du ein bisschen Druck auf der Blase haben, ne. So, das trinken alle die, ja, weißt du, wo das Ding nur einmal gerade 20 Zentimeter wegkommt, ne, vom Körper. Ja, ist der Poligny Montrachet. Montrachet. Ja. Mit Annette im Bett und ein Gläschen Montrachet. Ja, wird doch richtig geil hier heute. Ist das so? So, dann riechen wir mal hier rein. Der riecht ja wie der Erste. Der riecht ja genauso. Das riecht dann auch wieder so ein bisschen, bisschen stark nach Holz, irgendwie. Ne, ein bisschen weniger vielleicht. Und dann so ein bisschen wie nasse Steine. Ja, weißt du nicht, wie nasse Steine riechen? Ja, dann geh mal in den Klorin, ne. Da weiß Bescheid, weißt du. So. Ah. Das ist schon besser. Das ist schon besser. Ja. Also ich sag mal so hier, wenn du das hier, ne, wenn du das vergleichen willst mit Fußball zum Beispiel. Ihr kennt euch ja alle sehr gut aus beim Fußball, ne. Auch wenn es ohne Zuschauer jetzt ja irgendwie doch ein bisschen langweiliger geworden ist. Aber insgesamt, ne, kann ich sagen. Das ist hier schon so, Bundesliga, ne. Aber müssen um Relegationsplatz kämpfen, ne. Hier. Jetzt sind wir hier schon so, da spielen sie irgendwie im Mittelfeld, gewinnen auch ab und zu mal ein Spiel, ne. Aber es ist trotzdem am Ende für Arme. Ist für Arme. Ich kann's nicht anders sagen. Ja. Hat er hinten dann, säuert der noch so richtig nach. Der öchselt da so richtig durch. Hinten durch den Daumen da. Ach. Schlimm ist das. Wieso darf man bei einer Weinprobe eigentlich nicht rauchen? Wer hat das gesagt? Ja. Man wird doch wohl noch mal. Muss doch wohl mal gehen. Also, ich verstehe das nicht. Was ist hier mit der Gesellschaft. Jeder will heute seinen eigenen Scheiß machen. Ja. Immer. Das geht doch nicht. Muss doch mal möglich sein, auch mal eine Zigarette schon mal zu rauchen hier. So. Ach ja. Frage war sowieso. Was trinkt ihr eigentlich im Jogger? Ja. Ja. Muss man doch mal sagen. Was trinkt ihr im Jogger? Ja. Im Blusong-Seide. Ja. Für mich das Schönste. Kannst du, wer das trinken kann, der hat doch mal dieser komische Hamburger Lagerzar da gesagt, ne. Der hat gesagt, dass er Kontrolle im Leben und so, ja. Ja. Ich hab die Kontrolle. Ja. Guckt euch das an hier. Hier geht's. Ich hab reichlich Kontrolle, ja. Und wenn ich im Jogger, das ist mir doch egal. Ich mach das so, wie ich will. Ja. So. Haben wir das auch mal gesagt, ja. 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 Was trinkt denn ihr so im Blusong-Seide? Ja. Kommentiert das doch mal. Da wollen wir mal hören. Zeigt doch mal, was ihr so macht. Ihr liegt doch da bestimmt alle zu Hause da, ne. Irgendwo faul in der Ecke rum. Und glotzt. So. Ja. Was wollte ich sagen? Ja, mit dem, mit dem, mit dem Echten. Ja. Also gibt ja auch die Geschichte, ne. Jetzt mal eine französische Weingeschichte. Ja. Gibt ja den Kadett und den Mouton, ne. Mouton Kadett. Hat die alle schon mal. Ist von Rothschild. Ja. Also den gibt's von Rothschild. Ja. So. Gibt's den Echten und den Falschen, ja. Ich hab ganz viele, die kommen immer, Ich hab hier von der Oma geerbt. Hier. 26 Jahrgänge Kadett. Äh. Komm ich da hin? Und was haben die da im Keller? Ne. Sagen immer, sie haben den, den Mouton hätten sie da. So. Jetzt, wo? Jetzt hab ich's drauf. Ja. Also. Sagen sie mir, 26 Jahrgänge hab ich da Mouton. Ja. Und komm ich da hin und was ist drin? Kadett. Kadett. Ja, Alter. Hier. Wenn du was machen willst, dann musst du ein bisschen Mouton haben, nicht ein Kadett. Ja. Ist nicht alles das Gleiche. Hier sind Doppelnamen, ja. Musst du eh vorsichtig sein bei Doppelnamen. Immer gefährlich, ja. Leuthäuser Schnarrenberger und so. Ich sag's nur. Weiß ja nicht, wer von euch noch einen Doppelnamen hat, aber musst du aufpassen, ne. Gehst du ein bisschen unter in deiner Anonymität. So. Zweiter Wein. Naja, war schon ganz gut, ne. Muss man sagen. Jetzt kommen wir hier. So. Habt ihr das aufgemacht? Sag mal, seid ihr denn Wahnsinns? Wisst ihr überhaupt, was das kostet? So. Das ist, das ist das echte. Das ist das Original, kann man sagen. Das ist der Le Montrachet. Ja. Das ist so eine Weinbergslage, ja. Das schmeckt man auch. Kommt wirklich aus einer Lage. So. Und geben wir mal richtig. Er hat ja schon wieder auch so eine kräftige, so eine goldgelbe Farbe. Kehr, kehr, kehr. Also der Montrachet, ne. Das ist so, für viele so, ist so Optimum. Das Beste. Ja. Und jetzt gucken wir mal, was hier alle drin ist für ein Aroma, ne. Ja. Das ist natürlich, ja. Also da kommt ja richtig Druck raus, ne. Der hat ja, also, ich geb mir überhaupt mal so, heute mal per se, ich geb mir mal selbst so 104 Punkte, ne. Weil ich auch einfach so gut drauf war heute Morgen, als ich aufgewacht bin. Aber das hat 105, muss ich sagen. Der hat noch einen mehr. Der legt nochmal oben richtig nochmal eine Schicht drauf. 105 Punkte hat er. Ja. Volle Punktzahl plus noch was dazu. Ja. Hat ein bisschen was von Holz wieder. Wieder ein bisschen viel Holz. Ist noch, ist noch jung noch, ne. Und ein 13er, muss man ja sagen, ne. Was kostet das denn jetzt hier? Habt ihr da mal eine Zahl hier irgendwie, die ihr rüberschmeißen könnt? Aktuell 790 Euro. Boah, ist doch standesgemäß. Am besten montags, mittags. Wenn alleine, wenn du zu Hause bist, ganz, wenn die Mutter weg ist, dann machst du das mal auf, ne. Das sowieso. Muss auch keiner mitkriegen. Auch die Nachbarn. Ich mach die Rollladen runter. Ja. Nicht, dass da wieder Neidgefühle hochkommen, ne. Ach, 100 Steine. Ja. Aber wer die zweite, wer die zweite Flasche trinkt, ne. Der ist ganz weit vorne. Denn der Trend heutzutage geht bei solchen Weinen ganz klar zur Zweitflasche. Und wer kann, der kann. Und wer hat, der hat, ja. Es ist ja auch so, hier weißt du, wenn du einen Wecker am Arm hast oder so, weißt du, dann kannst du sowas auch saufen. Ja. Musst du nicht jetzt hier irgendwie kommen mit einem Schwatsch oder sowas? Oder wie diese Uhren heißen, diese Plastikuhren. Dann kannst du nicht so, dann musst du auch hier. Und wenn das Ding natürlich dann aus Bulgarien kommt, ist scheißegal, ja. Dann ist egal. Aber Hauptsache, du hast so einen Wecker am Arm, weil sonst passt das nicht. Und dann hat er richtig was von Butter. 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 Ja, Butter, so, weißt du, ihr wisst halt ja, wenn man so einen Butterfass, habt ihr früher mal Butterfass geschlagen, so, das geht dann immer von oben nach unten geht das, ja. Hoch und runter, hoch und runter. Und dann irgendwann unten, da ist das so hart, das Zeug da unten drin, hat sich das getrennt. Einmal das Flüssige und das Feste. Und das Feste, das müsst ihr nehmen. Das hat ein bisschen was davon. Aber mit so einem Billo-Salz irgendwie hier drin, ne. So ein australisches Billo-Salz. Von Maray River. Ja, das riecht gut, ne. Also man muss schon sagen, der hat ordentlich Speck an den Rippen, ne. Das gefällt mir, muss ich sagen. Also das kannst du gut trinken. Ist noch zu früh für mich heute Morgen. Ich kann auch nicht so richtig. Nur einen kleinen Schluck genommen. Aber da kommt schon richtig, da ist Druck drauf, ne. Das ist ein bisschen so, als wenn du hinten so eine Neutronenexplosion hast am Gaumen. Ja, du musst dir ja vorstellen, vorne explodiert es, ne. Und hinten ist nichts mehr. Ist gar nichts. Bleibt leer. Ja, so schmeckt das, ne. Also so ganz, finde ich, so ganz lange auch, ne. Man sagt ja auch Abgang dazu bei uns zu Hause, ne. Wobei, ist besser, ihr vermeidet das Wort, ne. Weil das ist heute, auch gerade in der politischen Situation und so, ist das ja nicht so gut, wenn man so viel Abgang sagt, ne. Also machst du keinen Abgang, ne. Oder auch sonst, es gibt ja auch andere Situationen, wo du den Abgang vermeiden möchtest, ne. Also nicht zu früh damit, ne. Wenn du zu früh dann bist, dann bist du raus aus dem Thema. Also hier bleibst du lange drin im Thema, ne. Hat so richtig eine Cremigkeit. Finde ich halt. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, das machen hier Vater und Filz hier von Remos Sonnet. Remos Sonnet machen das gut. Da steht ja auch noch der Zusatz drauf. Grand Cru, ja. Das kommt also von ganz weit oben weg, ja. Das ist sozusagen, du kannst ja von unten versuchen, gegen den Strom zu schwimmen, aber hier kommst du von oben rein, ja. Und lässt sich einfach nach unten treiben. So ist das. Mega Weinchen, ne. Also von daher, das muss man auch richtig feiern, sowas. Und wenn das im Jogger ist, ne, ist es sowieso am schönsten. Ja. Blusong-Seide kann nur der saufen, wer kann. Mein schönster ist mit Montrachet und Annett im Bett mit Montrachet. In dem Sinn, ich wünsche euch was. Euer Manni aus Honey. Pass mal auf. Hier, hinter der Kamera, ne. Da sitzt der Alex, ja. Alex, ja. Jeden Tag so ein Weinchen, ne. Das wär schön, ne. Ne? Fändst du dich gut? Doch. Fändst du dich gut oder nicht? Ja. Ich sag dir eins. Den für Montags, den für Dienstag, aber das, ne. Ich bring dir am Anfang, schenke dir erstmal ein Glas ein. Ja. Eins. Zwei. Und später, ne. Dann guck ich mal so ein bisschen, was deine Frau gerne trinkt, ne. Die macht das natürlich auch. Hat einen teuren Geschmack. Dann stelle ich euch eine Pulle vor die Haustür. Ja. So. Wenn dat nicht reicht, ne. Dann stelle ich dir am nächsten Tag nochmal eine Pulle vor die Haustür. Und wenn dat nicht reicht, dann kriegst du eine Kiste davon, ja. Und irgendwann stelle ich dir ein Fass in den Garten. Kannst du saufen ohne Ende das Zeug, ja. Ich scheiß dich zu mit meinem Montrachet. Ja.